Musik 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 ich bin noch nicht es gibt keine aspekte mehr du haben willst eine bessere aus war ja ich bin noch einfach nur fest tränke geld wie auch immer das ist Ich muss warten. Ich hab den Fall einfach weggewischt. Ja. Ich muss warten. Ich kann auch so schlagen. Ich bin auch gefördert zu schwenken. Okay. Na doch mal ihr. Oh, daß Ding. Ich mach's durch, mach's durch. Hi-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Aua. Ich hab mir ja von garства aplicat. ich bin auch nicht bereit aber wir müssen aber zwölf gegner in sich ich bin auch nicht mal das sonic ich muss warten das slow mo walk auf einmal ich muss da müssen ich mit mir reden langweilig die ungläubige story die wir hier spielen die ganzen charakteren der eisenwölfe die man kohle nicht so cool wie der ochsenstammer warten erreichen müssen ich bin noch nicht ich habe gott warum so viel schaden mein moment ist alles cool und dann bin ich nur auf 2 ap unter ich bin noch nicht bereit 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 jetzt wäre mein fahrer und damit fünf auf alle meine werte kriegt ich muss warten das so genau ich bin noch nicht aber er hat mich geschahen ich bin noch nicht ich bin das ist ja schon wieder rot gefällt das ist klar ich bin noch nicht ja jetzt geht euch alle einen kragen plus fünf auf alles ja wo geht es ich habe schon einen von diesen längeren jemanden da geht es jetzt wenn es kraft will ins kraft da stärke stärke wirklich war noch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jetzt bist du weg so ruhig in letzter zeit was soll ich dazu sagen nein das heißt du stehst gerade so von der pagode ein wo ich mir gerade so vorstelle da würde ich jetzt so annehmen weil das gerade die situation ist ich bin noch nicht bereit ja du bist gut Daniel du bist sehr gut du musst deine eigene Detektei aufmachen ja ich bin noch nicht bereit wer hat das Loch in den Kuchen gefressen ach ja das war ich fast gelöst das Rätsel wurde gelöst nimm das hat nimm das nimm das nimm das Der hat überlebt. Ich muss warten, da braucht man sich so komisch bewegt. 476 Stärke. Scharfschütze der Gesetzlosen. Aber ja, ich gebe mal einen Aspekt. Ja, damit. Ja, damit. Ich weiß nicht. nicht die klettert ich kann aber eine schwächkeitsraten angekurbelt wird hier schwer spüren wird schwierigkeit mit einigen sachen eigentlich mal ein kleines stück mit mehr designs bist du nicht der trendsetter schlechthin design ist immer auf dem cover von barbara wirklich klar steht immer in der selben pose nur mit einem anderen feld wir auf den karl des play barbara sehr gut wie wir auf dem inste es gibt nicht wenn wir die sechs nebenquests übrig kommen wir schaffen wir auch noch sechs stück dann kommen immer mehr und immer mehr und immer und wieder und wieder wir sind übrig und dann wieder und dann wieder so hat sich hast du ein sich verdichten das schatten dass wir neben christ für skos garig alles klar dann haben wir die beide dass wir können die beide machen oder mehr so im dunklen dick licht nach barrett was der tipp von feinlfen sieben das gebiet jetzt ist verderbt es weh ich nehme an wir sollen dieses auffällige blutbecken hier immer hier magie erwägt wild und stürmisch ist er kaute leiche also hier müssen wir auch ja das denken und noch kaputter zaun wir haben natürlich sind wert ich glaube ich habe ihn gefunden im berat ich bin nicht behind ich bin nicht behind aber da wäre als verderbtes herz wir haben dann einfach so rausgerissen oder es einfach ist aber so aus laut rausgeploppt der foto ist getötet und irgendwie der ganzen klamotten fallen irgendwie so vom mit die person nicht gelungen kann es ist das schlimmste wenn man stirbt man verliert dann meine brieftasche ganzen briefe das wird dann alles im münzen umgewandert oder vielleicht ist es eine tasche die aussieht wie ein brief naja ich weiß mein bloß doch war sehr eine freundin sehr großbekannt wort was könnte es so wir müssen den ein ende setzen ich erkenne die magie nicht die meine vertraute verderbt hat sie ist alt älter als selbst die druiden sie könnten etwas darüber wissen nein das herz zum druiden juhin in turdull wie können die denn was wissen wir die älter als die grünen er einen weg mit dieser magie umzugehen vor es sei als angriff lebt er in turdull wenn die dort verbleibenden dämonen beseitigt werden wird er zurückkehren ok die alten sind der blut der mutter ich kann schon diese quest haben wir schon seit ewigkeiten hört sich auch so an wo ist das der west ist eine der anfangsstädte der einzig und warum ich noch weiß weil ich mal über eine karte angefangen habe irgendwie an der ersten städte wobei ich mir die story so gut gemerkt habe von dem spiel natürlich siegen des vaters was geht mir neu zu sein natürlich hat das ding vor den geilen effekt halten der angriffsgeschwindigkeit ich nehme einfach mal an jeder die aspekte die gedroppte waffen haben sind einfach besser so von den werten her das stimmt irgendwie 18 prozent ich habe in meiner 17 prozent ich bin das speck da eingepackt ja die die kodexe die den dungeon kriegst die haben schlechte werte dafür kannst du dir immer wieder einsetzen ich bin auch nicht bereit wo ist der knabe oder die knaben ich bin noch nicht verdammte kälte der von jungen spricht mit mir nein noch längst an längst unten ja 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 schnitt im selben haushalt wie du da was er ist ein mönch blut der dämonin etwas der ungläubigen etwas dass man anfassen kann ja will ich karl aus ja du siehst aus wie karl ok hier ist was am liegen ja da ist auch weit aber hier war richtig an ich habe eine blüte aus blut gefunden deswegen die blüten die dämonin bohrt sich in eurer seelen vergiftet doch vielleicht nein das ist es was ihr braucht der priester der schläft immer mit dem exorzisten die glückshaube des kindes 2 ich benötige sie um das blut zu leutern movie auf 2 ja der zweite teil ist immer der teil über den alle reden aber das wäre nicht am nächsten geguckt habe weil sie nicht hier wie einfachsten und einfach genial der cloud macht die die berühmte sind dann drehte den kopf um 360 grad und sagte auch nee so wie geht er wieder raus haben sie erst ja 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 doch doch das kennen die teuer und sie hat nicht gesehen wir gehen sie dort glückshaube des kindes mussten hat ich weiß nicht wo die quest ist ich auch nicht also himmlige aussichten der gnadengrad und haben ist man schon wieder in so ne das schon gemacht haben nur auch 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 gut auch auch ich habe auch auch ich auch ich mit dem chips runtergefallen ist so dunkel sehr nicht ja das ist ja nur du und eine weiß ja sagen zombies so seien klassisch wenn ich deine später als zombies bezeichnen ja ja absolut in der einseit ich habe ja keinen flash mehr da dran doch genau gerade ich steig auch ab macht zur elite gegnern zählen champions elite gegner war nicht gerade elite gegner auch unter elite gegner ja jetzt okay damit sie sich ja diese dann schon mal schon voll aufgemacht jetzt sind wir ja mit einem bisschen ich bin auch nicht bereit und die blutkathedralen oder so ja so aus das ist ein bad ich bin sicherheit hat man auch schon mal jedenfalls kein aspekt aber er fängt sie haben aber nur die kwestie und von namen gehabt ich dachte dann hat er geklappt ich muss mal heute Oh, ist die Kress Oh, ist sie Gibt sie mir Wow Ich bin noch nicht bereit Ich bin noch nicht bereit Ich bin ausgewickelt in der Ecknäher weiter Ich bin noch nicht bereit Oh, oh Ich bin noch nicht bereit Oh 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 Ich bin noch nicht die kleinen gegner die euch die gegen fliege ich meine wische attacke flieg und sieg rechtliche truhe nix legendäres ich bin noch nicht ich bin noch nicht bereit wir müssen ja durch die ganze dann schon mal durch rennen wahrscheinlich war ja klar man ja so viele wir wollen nur die glücksauber eines kindes finden und dann gehen wir wir müssen uns jetzt nicht mit dem boss aber klappen und so ja ich muss warten Hallo? Oh. Nice. Ah. 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 Ich bin auch nicht bereit. Ah. Ich bin auch nicht bereit. Nur legendäres Amulett. Aber nicht heilig. Ich bin auch nicht bereit. Oh. Irgendwie gerade merkwürdig. Ich habe jetzt so ein Gegner. Ich glaube, wir haben uns beide irgendwie kurz in Sekunde angeguckt. Und einer von uns angegriffen hat. Oh, wo ist denn der blöde Kind? Ich bin auch nicht bereit. Oh. Ah, genau. Oh. 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 Ich werde das geronnene Blut von deinem Hals Ich kann mich hier nirgendwo rumbewegen Kann ich das Ding ja einsammeln Ich weiß es ist eine pfütze voller gift aber mein gott da kann man doch ignorieren Ich bin überhaupt hier drin Nein, ich bin hier drin Ich bin hier drin Das ist die hellrote Kapelle Magenta rote Kapelle Irgendwo die Buganda rote Kape Schala rote Weinrot Minion gelb Ich bin hier rein Ich bin hier einfach rein Alter Ich bin hier noch nicht bereit Da gibt es zu sehen Ein der sechs nur hier Ich bin auch nicht bereit alle getötet ich bin der verstörer des bösen ich habe dabei noch ein paar monster ich bin blindbart der pirat guck mal ich bin pirat holzbart blindbart der pirat wir haben eine tonenbahn schachtel ja nein ich komme hier nicht durch ich bin schokorie noch nicht er hat am stil ich töte die wird wieder mit so einer aggression meine erste wochen jetzt wäre ich dir auch etwas das ist das ist das ist das ist wirklich ein Bitesater oh ich bin noch nie oh ich bin noch nie ich bin noch nie ich bin noch nie an die wahl ich muss man der ist alle gepägt gewaschen wurde ihr mit dem besen trocken gestiegen ich weiß das ist gar nicht wahr ungestörter sagt aber ich habe gefunden glückshaube des kindes nein ich habe die geister bin ich bin noch nicht mit meinem sitzen da kann die haube des kindes raus so wie weit sind wir von dem boss hier entfernt ja kommen wir genau noch machen direkt davor ist das ding schreien aktiviert dass der dreck war ein boss aktiviert ja das schreck die wir gar nicht bereit das 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 ich habe einen super schlag ich habe einen einzigartigen heiligen kopfschuss gekriegt wieso nur legendärer besser ist mein jetziger jetzt klar jetzt über die selbe fliegt ja ja vielleicht schon genau schau mir nicht länger an da hat er jetzt einzigartig fass ihn mal angst du kannst meinen anderen einzigartigen helme haben es wird selten irgendwann als die jährige ist man drop der das ist mein zweites ding oder so lokal bekommen außerhalb von lille brauchst du nicht hast du sowas von recht ist dieses spielzeug in die satz bier carrying weil ich operiere aufs genau wie so der schleier des vaters und das sohn ist uns heiligen jetzt so wirst du wieder weiter mal ein glücksfall der selbe hänge mit derselben fähigkeit der bessere werte da muss ich ganz ehrlich auseinandernehmen den gleichen helm darum zu laufen den einen welcher man nimmt irgendwelche neuen designs ziel aber so plätze so wissen wie ich auf die zugreife ich möchte noch mal herstellen mich an der waffe knappe mal laufen die richtung hat hier ist das hier verworfen als hatte kann aber nicht noch mal erlernen so habe ich mir den dicken knüppel weil ich das geschwerte hat zur letzten dazu kalibre ich habe einen brennenden kolzen des todes und das axt man nur wo die bad ist auch winzig jetzt haben leuchten aber die ist winzig ok 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 christian abgeben klober stadt glückshaube des kindes gefunden diese decke wärmte braver in ihrem krankenbett sie ist kleiner als ich dachte vielleicht seid ihr der der dem priester den wahren glauben predigt ich mag diese animation von der statue nicht so spinnenbeine in seinem körper das elysium archiv mussten hat schon wieder da ja es ist doch irrelevante sachen welt muss erscheint bald ins korn wie sieht das noch mal aus gorgeln da oben da ist der welt post 14 minuten 15 stunden für ihn 15 stunden schabe der versorgte knurzer der gold verdammt und wandelnde todpunkt gibt auch nur drei weltbosse wöchentlicher bundes gibt auch nur eine welt schaffeeune geht geht eigen ion gut auch och aram ä